Notfallmedizin ist die Behandlung und Versorgung von Patienten, die relativ akut, also relativ schnell eine Notfallsituation erleiden, also ein gesundheitliches Problem haben. Sie müssen unter Zeitdruck relativ schnell und klar und strukturiert herausfinden, wo genau jetzt das Problem liegt, damit Sie das zügig, zielgenau behandeln können, um dann den Patienten der weiteren Versorgung zuführen zu können.